Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Pack Opening. Die 50k Packs und 35k Packs sind wieder draußen unnormal. Und wir werden die natürlich gleich öffnen. Wir sind auf einem anderen Account, wo ich mir gedacht habe, wir wechseln den einfach. Denn da erhöht sich wahrscheinlich die Chance wieder auf ein Team of the Year. Wir haben ja schon einen gezogen auf unserem anderen Account. Und das war eigentlich dumm von mir, dass wir da dann weitergezogen haben. War eigentlich klar, dass da jetzt nicht mehr noch ein Team of the Year kommt. Deswegen auf einem anderen Account vielleicht funktioniert das wieder. Das wäre auf jeden Fall unnormal krass. Und als wir die 35k Packs geöffnet haben letztes Mal, ja, die kamen mir irgendwie besser vor als die 50k Packs. Schreibt mal rein, was ihr in den beiden Sets hattet, falls ihr die beiden geöffnet habt. Unten in der Beschreibung, günstige Hocko Coins, lalala und könnt mich unterstützen und so weiter und so fort. Danke dafür auf jeden Fall schon mal. Erstes 35k Packs, los geht's. Team of the Year, Team of the Year, Team of the Year. Groß, groß, groß. Basali, Basali. Oh, 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 Koscielny, Chico, Benteke. Junge, Young, Ashley. Ah, der war ja auch in von Konko. Ah, von dem her? Wow, wow. Eigentlich gar nicht mal so scheiß Spieler. Was haben wir hier noch? Ja, ja, läuft. Oh, 2000 Münzen noch. Oh. So, ich fühl, ich fühl richtig, Alter. 35k Sets. So, schnell das zweite Pack öffnen und jetzt, wer wird drin sein? Es wird wieder ein guter sein. Ich hab es im Gefühl. Und wer? Oh, Mota, Mota. Junge, wie viele Spieler kriegen wir? Tosic, ja, Caballero, Mavuba, Van de Ville, Fernando. Aber keinen wirklich guten. Vielleicht müssen wir einfach nicht dran glauben. Also, ich glaube, hier wird ein sehr schlechter Spieler drin sein. Also, da gehe ich 100% von aus. Da wird nur ein behinderter Silberspieler drin sein. Okay, warum lädt das jetzt 5000 Minuten? Vielleicht ist da ja doch ein Bug drin. Und jetzt kriegen wir so Silberspieler. Wer weiß. Nein, jetzt lädt es. Das heißt, es war ein Bug zum Team of the Year. Dante. Okay, so schlecht war das gar nicht. Und Emi Nike. Ja, also, es geht. Naja, es geht. Vielleicht. Oh, Töre. Das war doch der hier vom HSV, oder nicht? Ja, Gülkan Töre. Waren es immer so mittelgute Spieler. Aber nichts Besonderes. Vielleicht heute jetzt hier in dem vorletzten 35k Set. Bitte, Jungs. Noch ein Team of the Year. Modric. Schon wieder. Schon wieder. Oh, Van Damme. Jungs, der ist auch viel wert. Der ist auch viel wert. Oder war viel wert. 91 Physiker. Oh, Mann. Letztes Mal habe ich gesagt, der ist gar nichts mehr wert. Du. Ja, auf jeden Fall letztes Mal habt ihr gesagt, ja, nee, er spielt nicht bei Real. Nein, ich dachte, er 87 Rating hat doch Bale auch. Oh, schade. Mann, Alter. So, okay. Letztes 35k Set, Jungs. Letztes 35k Set, wir stehen. Ich drehe mich um, ich drehe mich um, ich drehe mich um. Und wenn wir jetzt uns umdrehen, ja, dann will ich natürlich einen hier Team of the Year Spieler sehen. So, 3, 2, 1. Stell ich mich schon so behindert an und dann ziehen wir so eine Scheiße. Mathieu. So, wir gehen nochmal tief in uns. Die 50k Packs. Wir sollten uns jetzt hier bitte einen richtig geilen Spieler bringen. Das wäre so unnormal krass. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen gebetet und ich würde sagen, wir gehen zum ersten 50k Pack. Da gucken wir noch hin. Da gucken wir noch hin. Und wer wird es sein? Wer wird es sein? Benzema. Oh mein Gott. Benzema. Geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall durch. Ähm, Griezmann. Griezmann. Ja, ein paar Franzosen. Laporte. Gervinho. Ist okay. Also 55k Pack. Da haben wir auf jeden Fall schon schlechtere Sachen gesehen. Ihr werdet es auch nicht sehen. Ich werde wieder überspringen. Jungs, gebt mir bitte jetzt ein Team of the Year. Team of the Year. Team of the Year. Team of the Year. Jungs. So, ich habe drauf gedrückt. Keine Ahnung, ob jetzt der Spieler schon aufgetaucht ist. 3, 2, 1. Robert Huth. Okay, okay. Wir haben Robert Huth gezogen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wenn ich jetzt nach links gehe, dann will ich jetzt ein Team of the Year sehen. Marta. Marta. 85er Rating. Mann, Jungs. Okay, gut. Ich beruhige mich, Jungs. Ich beruhige mich. Ja, war jetzt nicht so gut. Aber jetzt auch nicht so scheiße. Also vom Ding. Ja, es ist okay gewesen. Und ja, irgendwie reicht mir das nicht mit den 50k Packs. Ich gehe jetzt auf meinen anderen Account und da werden wir auch nochmal zwei 50k Packs ziehen. Das geht so nicht. Wir müssen hier ein erfolgreiches Pack Opening haben. Ich gebe mich nicht zufrieden, Jungs. Ja, wir wollen hier mindestens ein Inform. Und wenn wir hier keinen ziehen, dann erzwingen wir das. So, 50k Pack. Das nächste. So, bitte jetzt hier ein blauen oder ein Inform. Ein blauer Spieler in Form. Mir ist scheißegal. Es ist Terry. Es ist John Terry und Martic. Buh. Schon wieder Buh, Alter. Ramos. Aber nicht der richtige Ramos. Naja, der andere würde auch nicht. Naja, er wäre auf jeden Fall besser als der Ramos. Mann. Wir öffnen einfach noch die 35k Packs. Jungs, ist mir jetzt scheißegal. Ist mir jetzt scheißegal. So, 535k Packs hinterher. Überspringen. Eto. Nächstes 35k Pack. In Form. In Form. In Form. Real FIFA. In Form. Real FIFA. In Form. Oh, nein. Xavi. Und Hummels. Wollt ihr mich verarschen? Warum nicht Iniesta? Warum? Und Hulk. Oh mein Gott. Aber kein Iniesta oder sonst was. Und Lopez noch. Ist das zu glauben? Ey. Das sind so viele Packs. 335k Packs noch. Jungs, wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Heute haue ich echt alles raus. Ich will einen guten Spieler haben. Ich will einen und nicht den Ranocchia. So langsam. Nein. Ne, ne, ne. Hier. Wer ist das denn? Salino. Aber 82 Tempo. Nicht schlecht. Nehmen wir mit. Was soll ich dazu noch sagen? Vorletztes 35k Pack. Wir sparen uns das 50k Pack noch auf. Obwohl die 35k Packs eigentlich besser sind. Na gut. So. Lelana. Wie oft sehen wir den jetzt schon? Wow. Philips mit 88 Tempo von, ja, Queen's Park Rangers. Hm. Der könnte was wert sein. Ja. Könnte. Bitte. Ich hatte doch nur ein Team of the Year. Ich bräuchte jetzt einen zweiten. Ich bräuchte jetzt einen zweiten. Jungs. Gib mir jetzt hier. Ja. Groß. Oder die Maria wäre schon schicker. Aber naja. Oh mein Gott. Marco Reus. Marco Reus. Jungs. Marco Reus. Aber chillt. Chillt mal. Chillt mal. Der ist glaube ich auch nicht mehr so viel wert. Er ist zwar noch ganz gut. Aber wow. Ja. Um die 100k geht er auf jeden Fall noch. Ja. Damit bin ich jetzt schon etwas mehr zufriedengestellt. Äh. Obwohl wir hier so viele Packs öffnen. Hummels mal wieder doppelt. Ähm. Ja. Funktioniert es trotzdem hier auf dem Account besser. Magischer EA Gott. Wenn es dich gibt. Bitte. Gib uns jetzt wenigstens einen Inform. Wenigstens einen Inform. Damit wärt ihr auch zufrieden. Aber nur wenn es Alexis Sanchez in Form ist. Ne. Ich kenn euch doch. So. Letztes Pack für heute. Und wie viele haben wir jetzt geöffnet? 4. 50k Packs. Und 10. 35k Sets. Ja. Also. Wenn wir hier nicht ziehen. Dann. Ähm. Ja. Sind meine Nerven auch bald. Am Ende. Naja. Wir haben ja schon ein Team auf die EA. Also. Kann uns das jetzt gar nicht mehr so anpissen. Aber. Ja. Tut doch schon einem kleinen Herzen weh. Ah. Wir haben doch ein großes Herz. Nicht klein. So. 3. 2. 1. Und los geht's. Auf die Plätze fertig. Los. Team of the Year. Los. Gib mir ein Team of the Year. Ach du Scheiße. Fernandinho. Schürrle. Zu den Stürmern greife wieder an. Naja. Reus war doch schon mal immerhin ein Lichtblick. Zweimal Hummels. Dann nochmal Xavi. Sind zwar nicht mehr so viel wert. Die beiden Hummels geht vielleicht noch für 15k. Man weiß es einfach nicht. Die sinken so doll. Shikaui und so weiter und so fort. Heute ja auch wieder der Copa de Rey. Hier Real gegen Atletico. Atletico hat ja im Hinspiel 2 nur gewonnen. Naja. Wenn es euch wieder gefallen hat. Ich habe es versucht. Ein bisschen Erfolg hatten wir dann noch mit Marco Reus und Hummels. Lass gerne eine Bewertung da. Für mehr solcher großen Pack Openings. Könnte ich auf jeden Fall öfters mal machen. Wenn es nicht läuft. Dann auf jeden Fall erzwingen. Dann funktioniert das wieder. Ich würde sagen danke fürs Zuschauen Leute. Haut rein. Gebt gerne eine Bewertung. Dann kommen mehr. Und morgen vielleicht eine One Man Show mit einem Team of the Year Spieler. Lasst euch überraschen und haut rein.